Hast du ein Lieblingselement? Team Brom. Ich wollte gerade sagen Brom, aber nur, weil es cool klingt. Was haben alle mit Brom? Das klingt einfach Killer. Brom ist auch voll das unschöne Element übrigens. Was kann denn Brom? Was ist Brom? Ja, Verätzen zum Beispiel. Natürlich ist Kohlenstoff mein Lieblingselement. Das ist jetzt sehr langweilig, aber es ist halt das Element des Lebens. Von langen Ketten bis hin zu komplexen Gebilden. Alles, was lebt, hat etwas mit Kohlenstoff zu tun. Oh, das ist es doch. Da hast du doch den Dreh bekommen. Das ist doch ein schöner Schluss. Das Element des Lebens. Ohne Kohlenstoff wäre die Erde nie zu einem belebten Planeten geworden. Das sind alles Kohlenstoffatome. Darf ich vorstellen mein Lieblingselement? Kohlenstoff. Hier im Bleistift in Form von Grafit. Aber lassen Sie sich nicht blenden von dieser Alltäglichkeit. Abschlussfrage. Liebste chemische Verbindung? Was ist deine liebste chemische Verbindung? I'm glad you asked. Meine liebste chemische Verbindung ist die Verbindung zu meinem Freund, der auch Chemiker ist. Die Chemie stimmt. Tut mir leid Matthias, das muss sie jetzt sein. Dass sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann.